Herzlich Willkommen in der Allianz Arena. Die Bundesliga geht wieder los, auch in der Hauptstadt. Willkommen in der Konferenz. Was für ein Foul, da muss es eigentlich nur rote Karte geben. Gretchen von hinten und Mario Gomez zeigt eine Seite, die man von ihm gar nicht kennt. Super Parade von Bürki, klasse Tat. Baumann fährt die Hand aus. Araguchi an die Latte. Klasse Tat von Kuhn-Kastels fährt da die Hand aus. Kein Problem für Schwolo, den hat er ganz sicher. Salomon Kalou und drin das Ding. Was für ein Tor reingezirbelt. Keine Chance für Bredlow. Das ging jetzt relativ einfach für den Neuzugang. Petersen. Keine Chance für Fehrmann. Super Schuss, Hahn mit dem Treffer. Bundesliga, endlich bist du wieder zurück. In der Konferenz, im Einzelspiel oder auch in der Zusammenfassung. Bundesliga bei Heisenbergs Prefifa. Bundesliga Pederserie Meta in der Holly Himm tweet in der Ver常re mit Himm then. Da, was auch bis zum Los Negativekuil interessieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.